Yo, was geht ab Mates? Heute zu einer kleinen, vielleicht auch neuen Serie, die ich starten möchte. Und zwar hat mich der gute Flying Doom, ein sehr, sehr netter Mate aus unserer Community, zu einem One-on-One herausgefordert und das auf seine ganz eigene Art. Und da habe ich mir gedacht, allerdings natürlich mit ein bisschen Verzögerung, auf geht's, da kannst du nicht Nein sagen und joa. Das werden wir jetzt gleich mal ausspielen, das Ganze. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr öfter Bock habt auf sowas, dass ich One-on-One gegen Ömin spiele, zum Beispiel, keine Ahnung, wen kenne ich. Ich kenne ja viele Leute so an sich, vielleicht fällt euch da jemand ein und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Match. Allerdings, jetzt noch kurz vorher das Herausforderungsvideo vom Flying Doom, das ist einfach nur geil und ja, danach sehen wir uns dann beim One-on-One. Viel Spaß! Du denkst auch, du wärst der Krasseste mit deinem A-Plus-Rang in Asia, hä? Pass mal auf. Pass mal auf. Dafür kein gutes Teamplay? Das würdest du niemals können. Ich zerstöre dich lyrisch, kille dich psychisch, sind wir beide auf dem Server, führe ich, kommst du übrigens richtig so, fürchte dich. Ich packe dir Deagle aus, Schellerin, Schellerin, je nachdem, wie ich mein View-Model eingestellt hab, zerfetzt ich dich wie Pimp. So wie Pimp. Ich zersieb dich mit der Glob, du hast eine Chance gegen meine Glob, denn ich ziel auf der Kopf vom Winterkugel, binde ich dir währenddessen einen Job. Ich frage dich, hast du noch Bock? Ey, meine A-Plus-Praise sind on point für eine PowerPoint-Präsentation. Nachdem ich den Get-Raid auspacke, treffen wir uns in der Intensivstation. Motherfucker, du weißt ganz genau, Bescheid, ich bin Flying Doom, der Endpost, der seine Vollautomatikallerschaft deinen jämlichen Buddy einprassen lässt, bis du auf dem Boden bist und battelst. Wer soll dich jetzt retten? Niemand, es ist ein 1 gegen 1 gegen mich. Da gibt es keine Rettung. Leben oder Tod. Syrians, das war meine Kampfansage. Wenn du Eier hast, 1 gegen 1 gegen mich. So, hello guys, wir werden jetzt hier auf dem Server mit Flying Doom. Geht jetzt auch gleich los. Ja, dann würde ich mal sagen, mal gucken, was das Match hier bringt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich kassieren werde, denn ich habe, glaube ich, ich zocke im Moment gar keine Aim-Maps mehr, aber mal gucken, vielleicht, vielleicht. Ja, ja, der Flying Doom ist auf jeden Fall ein guter Spieler, also, mal gucken, Jungs. Uiuiui, das ist schön. Erstmal rausgehen, bevor das Match hier passiert. Hello! Können wir euch Go machen, oder was? Mh, auf jeden Fall. Ausführungszeichen, aim. Ich habe mich gerade schon rausgegeben, ich habe gesagt, ich habe das Every Day, Every Night Aim-Map. Ist schon jetzt live, oder was? Slow Every Day. Ja, ich denke schon, es ist live. Es ist live, Alter. Guck mal, wie du campst, Deger. Oh! Oh mein Gott, ja, alles. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe heute alles noch von Bananen gegessen. Oder wie die ganzen Kohl. Hä, was ist das für eine Death Note? 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 Was ist das für die Locke? Was ist das für ein Recht? Das ist für etwas falsch, oder wo? Natürlich, war es falsch, oder was? Geht auch vor, man. Tut mir leid, vor. Oh, wie du nicht da gehst! Ey, was da? Du hast dich so lange an der Lokkante da kämmen. Entschuldigung. Du darfst nicht so lange bei den Stairs kämpfen. Ach so! Ah, okay, okay. Power Raid ist es. Flank Doom hat gerade schon erzählt, vor dem Match wurde erst mal Power Raid getrunken. Da kommt die Dopingkontrolle noch danach. Schau! 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 Digga, es ist eindeutig eine CT Map. Ist doch sicher. Okay. Ach, die Falsche. Das ist flying-Kämpfer. Einen Moment. Nochmal schluck Power-Rate, sagst du? Ja, ja. Scheiße, Alter. Mega! Das klingt nach Rematch demnächst, oder? Ja, Digga. Keine Ahnung, Alter. Ich hab mich heute verletzt bei der Arbeit. Beim Power-Rate trinken. Ich hab mich an Geldgezahler in Geldscheinen geschnitten. Also, was gibt's noch zu sagen? Checkt auf jeden Fall Flying Dudes Channel aus. Da gibt's Daily Uploads. Ja, Daily Uploads. Ich hab mir letztens dieses komische Teilchen-Video angekommen. Da hab ich so tot gelacht. Das ist falsch und sie gehört. Das ist falsch und sie gehört.